Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Team of the Season Vorstellung. Heute geht es wieder ums Team of the Season Most Consistent, nachdem wir es letztes Mal nicht ganz fertig gebracht haben, bzw. weiß ich, es nicht ganz fertig gebracht habe, das Gold Team of the Season auch noch fertig zu stellen, weil das Video zu lang wurde. Kommt das Ganze heute ran, wenn ihr euch das selber angucken wollt, Links sind in der Videobeschreibung, habe ich von Bateson geklaut, ihr werdet es natürlich auch hier auf dem Bildschirm sehen, ihr könnt es euch da nochmal genauer angucken und ja, wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, wer hätte noch ins Team of the Season reingekonnt und wen findet ihr oder wer denkt ihr, ist da verdientermaßen drin, sind die Werte angepasst, bzw. sind die Werte so okay oder muss die L da noch ein bisschen was ändern, allgemein sind die Werte ja nicht endgültig, weil die L die dann eigentlich mal selber noch bearbeiten muss, aber könnt ihr mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir fangen an mit der Startelf und die sieht schon ziemlich, ziemlich stark, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir haben erstmal im Tor Roberto, der spielt bei Olympiakos Pireos, hat er bestimmt eine gute Saison gespielt, wenn er im Team of the Season Most Consistent drin ist, kann ich mir auch gut vorstellen, allgemein, weil Olympiakos ja meistens die Liga so ein bisschen ruled und ich weiß gar nicht, wo Roberto davor gespielt hat, irgendwo, nee, hat er schon immer bei Olympiakos gespielt, ich glaube, da hat er irgendwann mal in Spanien gespielt, irgendwo, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, nee, oder doch, ich glaube, irgendwie, der hatte mal eine Informkarte, ich glaube, der hatte mal eine Informkarte, ich bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher, kann auch sein, dass ich mir ja vollkommen war durch, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst, vielleicht sind FIFA 13? Egal, auf jeden Fall sieht die Karte sehr stark aus an sich, ein guter Keeper aus der Liga, die braucht man zwar jetzt nicht unbedingt, aber, ja, wenn er gute Leistungen bringt, ist er natürlich trotzdem verdient drin, Ezekiel Garay ist leider extrem langsam und das wird sich auch nicht ändern mit der Team of the Season Karte, allerdings sieht die natürlich extrem stark aus. Letztes Jahr hat er, glaube ich, keinen Team of, doch, letztes Jahr hat er den Rest der Welt Team of the Season, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, letztes Jahr hat er den Rest der Welt Team of the Season gehabt. Und, äh, die Karte dieses Jahr sieht auch wieder sehr stark aus. 90 Defending, 82 Physix, ich habe ja mir gewünscht, dass er zu Real Madrid zurückgeht, er ist jetzt mittlerweile zu Zenit gegangen letztes Jahr und hat da anscheinend auch eine ganz gute Saison gespielt, wie eigentlich immer, Garay ist immer extrem stark, deswegen, ähm, ja, dieses Jahr hat er keinen Informkarten bekommen, dementsprechend gibt es den, ähm, ja, Team of the Season most consistent, ist auch verdient, sieht ganz nice aus, mal sehen, ob er spielbar wird, wir werden sehen, aber an sich sieht die Karte trotz des, äh, niedrigen Pace-Wertes doch ganz okay aus. Stefan de Vray auf der anderen Seite bei Lazio, Rom hat auch eine sehr gute Saison gespielt, habe ich mir zumindest, äh, immer sagen, lass mich sowieso gelesen, wenn ich mal, äh, sehen, gesehen, ja, wenn ich mal die Highlights geguckt habe aus der Serie A, Lazio ja an sich nicht so extrem stark, aber doch schon ganz in Ordnung und von daher, ja, warum nicht, de Vray hinten drin, sieht auch stark aus von den Werten her, von daher kann man das auf jeden Fall machen. Nathaniel Klein hat ein Upgrade bekommen im Winter von Silber auf Gold, vollkommen zu Recht, aus dem Spiel wieder eine bombenstarke Saison, sind, glaube ich, fast 9 in den Champions-League-Rängen drin, beziehungsweise auf jeden Fall im internationalen Geschäft und, äh, da hat er auf jeden Fall auch einen großen Anteil ran, genauso wie auf der anderen Seite Ryan Bertrand, von daher passt das auf jeden Fall. 89 Tempo, 80 Defending, 80 Physix, das sind nicht die endgültigen Werte, aber sieht schon extrem stark aus, auf der anderen Seite der Außenverteidiger genauso. Marcelo habe ich ja in meiner Prediction drin gehabt als, äh, Linksverteidiger im, äh, BBVA Team of the Season und das macht mich ein bisschen stutzig, weil es könnte natürlich jetzt sein, Gaia ist in Team of the Season most consistent und Marcelo auch. Das heißt, es könnte die Chance sein für Tremolina, sich da irgendwie reinzusneaken oder für, äh, beispielsweise auch einen Jordi Alba, weil die beiden dann halt quasi schon eine Team of the Season-Karte haben und die er eventuell nicht recyceln will wie letztes Jahr. Werden wir sehen, auf jeden Fall sieht Marcelo auch sehr, sehr stark aus. Ich finde es schade, dass er keine Forster-Skills hat, aber, äh, ja, trotzdem kann man die Karte auf jeden Fall benutzen. Die beiden Sechster, ja, auch wieder mal zwei Team of the Season-Spieler, die relativ normal sind, in diesem Fall relativ, äh, standardmäßig dahin gehören. Matic einmal und Schneiderlau. Ja gut, Matic, ähm, was soll ich sagen, habe ich in meiner Prediction drin gehabt. Im normalen Team of the Season könnte der Platz frei werden, ich weiß es nicht, mal sehen. Schneiderlau auf der anderen Seite sieht auch sehr stark aus, äh, zu Matic brauche ich nichts mehr sagen. Ich habe in meiner Prediction schon gesagt, dass die Karte extrem stark wäre. Schneiderlau, äh, ja, ist halt einfach ein richtig guter Spieler. Dass der immer noch bei Thor-Sempten spielt, ist überragend, wenn man bedenkt, dass der letztes Jahr schon extrem stark war. Ähm, mal sehen, wie es dieses Jahr werden wird. Also, zu wem er diesen Sommer wechseln wird. Ich bin mir relativ sicher, dass er wechseln wird. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Und, äh, wir werden schauen, wie das Ganze aussehen wird. Die Karte hat ein relativ, äh, hohes Rating. Wird dementsprechend auch ganz gut zu spielen sein. Und, äh, genau, auf der anderen Seite mit Matic. Auf jeden Fall zwei stabile Premier League Sechster. Dann haben wir Virati im Zentraloffensee-Mittelfeld in dieser 4-2-3-1-Formation, die wir hier aufgeführt haben. Sieht auch sehr, sehr stark aus, muss man sagen. Hat eine gute Saison gespielt bei, ähm, PSG. Von vielen wird der Junge unterschätzt, aber auch ein Upgrade bekommen im Winter. Da war schon so der erste Hinweis, dass der wirklich gar nicht so schlecht ist. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, er war 2013, Elfie war 2013, mit der Silberkarte immer noch am besten. Weil er davor Starskilled hatte. Aber die Karte jetzt könnte auch richtig nice werden. Sein Team of the Season letztes Jahr habe ich ja gezogen. Der war nicht so stark. Der war okay. Aber bei ihm hat es immer so ein bisschen an der Körperstärke, beziehungsweise Größe gefehlt. Weil er ja halt winzig klein ist. Aber dieses Jahr sieht die Karte theoretisch, wenn man den Team of the Season sieht, ja noch besser aus. Und von daher, mal schauen einfach, wie es werden wird. Ich bin gespannt. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die Karte extrem Spaß machen wird. Und, äh, ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum anderen. Äh, Zehner aus Italien. Und zwar ist das Marquisio. Auch der hat eine sehr solide Saison gespielt. Äh, Juve, ja alles wieder zerrissen diese Saison. Jetzt am Ende schwächeln sie gerade ein bisschen. Haben auch das Stadtenhörby verloren gegen den FC Turin. Aber Marquisio war schon am Anfang des Jahres einer meiner Lieblingskarten. Und ich denke mal, das wird sich auch nicht ändern mit Team of the Season. Die Werte bei der normalen Karte sind schon richtig geil. Und die Werte bei der Team of the Season Karte werden einfach noch brutaler. Er hat nicht einen Wert dann mehr, der unter 70 ist. Und, äh, dementsprechend wird er sich auch spielen lassen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze werden wird. Hat erstmal Forsters gilt dieses Jahr. Und das muss man auf jeden Fall auch ausnutzen. Das werden wir auch definitiv ausnutzen, bin ich der Meinung. Und, äh, deswegen freue ich mich da sehr auf die Team of the Season Karte. Gunnar Law auf der anderen Seite ein weiterer französischer Sechser. Wir haben sehr, sehr viele Sechser in diesem Team. Ihr merkt schon, also ich meine, normalerweise ist Verratti auch eher Sechser als Zehner. Ähm, auch wenn er nicht die Größe dafür hat. Aber wird auf jeden Fall passen. Ja, Gunnar Law ist, ja, klein. Nee, nee, nicht klein, groß. Verratti war ja nochmal bei klein. Ist groß, ist körperstark relativ. Hat einen guten Kopfball an sich, weil er groß ist. Kann gut verteidigen. Kann an sich Pässe spielen. Kann bestimmt auch schießen. Von daher würde das was werden. Die Schusskraft ist bei solchen Sechtern ja immer meistens hoch. Bei Matic ja auch beispielsweise. Und, äh, ich bin gespannt, wie sehr sich spielen lassen wird. Sieht aber wirklich sehr, sehr stark aus. Hat er, glaube ich, letztes Jahr auch. Nee, letztes Jahr nicht. Vorletztes Jahr müsste es gewesen sein. Auch ein Team of the Season. Und der war wirklich extrem stark. Habe ich immer bei TBM gesehen. Und, äh, der hat sich ordentlich gemacht. Und ich denke mal, dieses Jahr wird es nicht anders sein. Wir kommen dann zum Stürmer. Und davon haben wir zwei, nee, drei in diesem Team of the Season. Wenn ich gerade die Bank sehe. Und zwar ist der Stürmer Jackson Martinez. Hat sie natürlich wieder bei Porto bewiesen. Es ist immer noch eine Frage der Zeit, wann der irgendwann nochmal zu einem richtigen, großen Verein wechseln wird. Auch wenn Porto ja theoretisch einer ist. Immer im Wahnsinnviertelfinale der Champions League. Aber, ähm, naja. Ja, in der portugiesischen Liga hat er wenig Konkurrenz. So, was die extremen Stürmer angeht. Und eventuell will er sich ja nochmal prüfen. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Ähm, sein Marktwert ist relativ hoch. Immer noch, soweit ich mich erinnere, um da irgendwas um die 30 Millionen. Der hat bestimmt noch wieder seine Saisontore gemacht. Ich denke mal, so 15 dürften bei dem immer drin sein. 20 eventuell. Mal sehen. Und die Team of the Season-Karte wird sehr, sehr stark werden. Der hat auf seiner normalen Karte, glaube ich, irgendwas um die 85 Finishing. Four Starskills und Weakfoot. Ja, das wird auf jeden Fall ordentlich bocken. Genauso wie letztes Jahr ja eigentlich auch. Gut, wir kommen zur Ersatzbank endlich mal. Und auch da haben wir richtig geile Spieler. Ich werde jetzt nicht mehr so detailliert auf jeden einzelnen eingehen. Aber, äh, ja. Fangen wir mal an mit Fabianski. Sieht relativ stark aus. Als polnischer Keeper hat man da endlich mal eine Alternative zu, naja, eigentlich niemandem. Weil wir haben nicht so viele polnische Spieler. Aber sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Erkin als Team of the Season. Ja, kann man auf jeden Fall benutzen. Die normale Karte war schon relativ stark. Und, äh, der Team of the Season sähe relativ geil aus, ehrlich gesagt. Vor allem, weil alle Werte über 70. Kann man auf jeden Fall machen. Virgil van Dijk. Wir hätten quasi den goldenen Link zu den Bronze-Denyer. Allerdings, naja, wäre das auch noch endlich mal ein vernünftiger niederländischer Innenverteidiger. Davon hast du ja auch nicht so viele. Mit De Vrij und van Dijk hättest du dann gleich zwei Team of the Season-Spieler, die wahrscheinlich nicht so teuer werden, weil sie nicht so hoch geratet sind, relativ oft in den Packs da sein werden. Und, äh, man muss schon ganz ehrlich sagen, an sich, so eine niederländische Innenverteidigung, man hat ja auch mit Wilhelms einen guten Außenverteidiger und mit van der Ville einen guten Rechtsverteidiger. Da könnte man natürlich schon was zaubern. Man bräuchte noch einen guten Torwart. Allerdings hat man da ja immer noch Krull. Also, man kann auf jeden Fall was aus Niederlanden machen. Und, äh, mit dieser Innenverteidigung kann man auf jeden Fall sehr gut klarkommen. Natürlich hat jetzt irgendwie, ähm, Celtic nicht so die besten Spieler. Nur Matthews, der mir gerade spontan einfällt. Aber, äh, ja, kann man bestimmt irgendwas Schönes draus zaubern. Gut. Ähm, Henderson habe ich ja prediktet, im Team of the Season most consistent drin zu sein. Habe ja gesagt, der wird wahrscheinlich nicht im BPL-Team of the Season sein, sondern im most consistent. Ist ja jetzt auch drin. Allerdings auch Matic auch. Von daher mal sehen, wer ins Normale reinkommen wird oder ob er eventuell auch ins Normale reinkommen wird oder Matic. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Kann man so machen. Thiago freut mich extrem drüber, denn der ist immer Non-Rare gewesen. Habe ich immer geärgert, wenn ich den mit Ronaldo verlinken wollte, dass er Silber war und ist schon seit, äh, Silber, Gold Non-Rare war. Und ist schon seit Ewigkeiten ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Was auch daran liegt, dass der Forster-Skills hat. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Vielleicht hat noch nicht jeder mit Thiago gespielt, aber ich fand den immer cool. Vor allem, weil er halt diese Forster-Skills seit Ewigkeiten schon hat. Und die Team of the Season-Karte sieht extrem stark aus. Verbessert bei ihm nochmal die Werte, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen hinterherhängen. Beispielsweise das Shooting ist nochmal aufgewertet. Und, äh, normalerweise war der schon immer wirklich gut. Und ich denke mal, die Team of the Season-Karte wird noch besser werden. So, Bellarabi, total verdient. Habe ich ja ins normale Team of the Season, glaube ich, auch schon reinprediktet. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Doch, müsste ich gemacht haben. Dementsprechend könnte der Platz an wen anders vergeben werden. Habe ich den da reinprediktet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte der Platz an wen anders vergeben werden. Oder halt auch nicht. Je nachdem, ob die AED reinpacken will oder nicht. Wir werden sehen. Und, äh, sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Dembaba, viele haben ihn sich gewünscht. Er ist auch zu Recht, vollkommen zu Recht drin. Er hat die Liga jetzt ein bisschen gerult, seitdem er da hingewechselt ist, von Chelsea. Und dementsprechend würde er zu Recht ein Team of the Season most consistent bekommen. Wäre bestimmt ein schöner Link zu Musas. So, ist ja immerhin der Strong-Link. Und, äh, auch wenn Besiktas ansonsten nicht so die geilen Spiele hat, um ihn zu verlinken, abgesehen von Töre vielleicht, der aber auch non-rare ist, ähm, kriegt man das bestimmt schon irgendwie mit Sinniger Lesen. Und, äh, die Karte sieht wirklich definitiv extrem, extrem stark aus. Jethro Willems hat ein Upgrade bekommen auf Gold. Da haben sich viele drüber gefreut, weil er ein Forster-Skiller als Linksverteidiger ist, der Gold ist. Und, ähm, ich denke mal, dass seine Team of the Season-Karte auch sehr stark werden wird. Er hat jetzt schon relativ geile Werte. Und die Team of the Season-Karte wird einfach noch stärker werden. Er ist der Perfect-Link zu Memphis Depay. Das heißt, man kann den Forster-Skiller mit dem Team of the Season verlinken. Was willst du mehr? Natko haben wir dann noch. Äh, sieht auch eigentlich relativ stark aus. Spielt bei, äh, ZSKA. Ist jetzt vielleicht einer, den nicht so viele kennt. Ich kenne ihn tatsächlich. Allerdings auch nur aus der Champions League. Ähm, sieht aber an sich sehr stark aus, die Karte. Und ich denke mal, die Werte werden auch gut werden. Das Passspiel ist bei dem relativ gut, soweit ich mich erinnere. Und von daher können wir da bestimmt was Gutes erwarten. Mal sehen, wie die Team of the Season-In-Game-Werte werden. Das wird auf jeden Fall ganz okay werden, denke ich mal. Klazi ist dann auch ein Spieler, der sehr interessant ist. Auch, um eventuell irgendwie was aus der, ähm, Eredevise zu machen. Wir haben noch einen Niederländer. Ihr merkt schon, ne? Team of the Season-Williams auf links. Dann Van Dijk. Dann De Vrij. Dann kannst du rechts Konko hinstellen. Dann hast du schon mal eine richtig geile Achse. Wenn du zentral dann auch Klazi nimmst, dann musst du den Willems nicht mehr weiter verlinken. Wenn du beispielsweise im 4-3-3-4 stehst. Und dann kannst du irgendwie als zentral offensiv Mittelfeldspieler Van der Vaat nehmen. Was natürlich kein Mensch machen würde. Aber dann könntest du eine Bundesliga verlinken. Ihr merkt, was ich genau aus will. Ähm, ist einfach ziemlich stark, muss man ganz ehrlich sagen. Die niederländische Fraktion. Und klar, sie macht da keine Ausnahmen. Nolito ist dann, äh, bei Celta Vigo derjenige, der auch gegen Real Madrid zurecht getroffen hat. Denn das war ein wirklich schönes Tor, was er da gemacht hat. Er hat auch einen Upgrade bekommen im Winter. Ähm, spielt extrem stark auf da. Ich bin immer noch der Meinung, es war ein Fehler von Benfica wegzugehen. Weil er bei Celta Vigo nicht das Potenzial ausschöpfen kann. Weil der, naja, er ist halt bei Celta Vigo. Und die sind nicht so stark. Aber mal sehen, wie der sich da so machen wird. Äh, in den nächsten Jahren noch. Beziehungsweise ob eventuell im Sommer ein größerer Klub kommen wird. Älter ist er ja auch schon. Aber vielleicht, äh, will er es ja nochmal versuchen. Und der letzte Spieler, Alex Meyer, Fußballgott. Ich denke mal, zu dem braucht man nichts sagen. Jetzt ist die Frage, kommt der auch ins normale Team of the Season der Bundesliga rein? Oder kommt eventuell Sofjerovic ins normale Team of the Season der Bundesliga rein? Wir werden sehen, Meyers Karte sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark aus. Wenn man mal so die Stats hochwertet nochmal ein bisschen. Weil das sind ja die normalen Werte, die ihr jetzt hier auf dieser Karte seht. Ähm, wenn man die nochmal aufwertet. Plus 4, plus 5. Hätten wir mal ein 88 Shooting. 79 Dribbling. Über 80 Physik, über 80 passen. Äh, kann man auf jeden Fall so machen. Und ich denke mal, dann wird das auf jeden Fall eine relativ angenehme Karte werden. Die bestimmt lustig zu spielen wird. Auch wenn er Medium High beitraten hat. Aber davon jetzt mal abgesehen. Gut, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da schreibt mir in die Kommentare, wer ins Team of the Season hätte reingemusst. Über wen ihr euch besonders freut. Und wen ihr auf jeden Fall mal ausprobieren möchtet. Wenn es darum geht, welche Spiele ich am liebsten ausprobieren möchte. Äh, Marcelo. Marquisio. Matic. Wilhelms. Thiago. Bahr. Eigentlich alle. Eigentlich alle. Aber gut. Ähm, wen ich ziehen möchte. Auch eigentlich alle. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. Wunderschönen Tag noch.